Ursache ist ein hier angelangtes Tiefdrucksystem, das rasch nach Südosten abzieht. Ihm folgt erwärmte Meereskaltluft. Die Vorhersage für morgen. Im Süden zunächst bedeckt und Regen. Im Tagesverlauf, wie schon im übrigen Deutschland, Übergang zu wechselnder, vielfach starker Bewölkung mit Schauern. Tiefsttemperaturen 5 bis 0, Tageshöchsttemperaturen 4 bis 9 Grad. Frischer bis stärker, in Böen zum Teil stürmischer Wind aus westlichen Richtungen. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Fortsetzung des Abendprogramms im Ersten. Gleich anschließend möchten wir Sie mit dem amerikanischen Spielfilm von 1969 unterhalten. Ein himmlischer Schwindel mit Elvis Presley in der Hauptrolle. Gegen 21.45 Uhr folgt das ARD Wirtschaftsmagazin Plus Minus, heute vom Südwestfunk. Es hat einmal ausgerechnet, was den Autofahrer unter Berücksichtigung der Kraftfahrzeugsteuerbefreiung, der Kauf eines Katalysatorautos oder die nachträgliche Umrüstung kostet. Das Magazin beschäftigt sich ferner mit der Neueinteilung der Regionalklassen in der Kraftfahrzeugversicherung und berichtet über den Kampf um Marktanteile für Filterzigaretten. Durch die Sendung führt Manfred Triebes. Die Tagesthemen melden sich wie gewohnt um 22.30 Uhr. Die Sportschau bringen wir um 23 Uhr unter anderem mit Ausschnitten aus Fußball-Bundesligaspielen und den alpinen Ski-Weltmeisterschaften. Gegen 23.25 Uhr ist heute Abend Jürgen Hingsen zu Gast bei Joachim Fuchsberger. Dann kommt um 0.10 Uhr eine weitere Episode aus der Reihe Die Kur. Sie trägt den Titel Bernhard und Effi. Und gegen 1.10 Uhr beschließt die Tagesschau mit letzten Meldungen das Programm. Liebe Zuschauer, in unserer Reihe mit Filmen des amerikanischen Rocksingers Elvis Presley zeigen wir Ihnen jetzt als deutsche Erstaufführung Ein himmlischer Schwindel von William Graham. Als dieser Film Anfang 1970 in Amerika uraufgeführt wurde, da feierte Elvis gerade ein sensationelles Comeback mit spektakulären Bühnenauftritten in Las Vegas. Auch wenn sich die Filmangebote häuften, ein himmlischer Schwindel. Sein 31. Film ist sein letzter geblieben. Es steht geschrieben... ... ... ... ...